Geschafft! Max ist überglücklich. Endlich hat er den Führerschein. Auch seine Eltern freuen sich, aber erste Sorgen kommen auf. Denn statistisch gesehen haben 18 bis 24-jährige Verkehrsteilnehmer das mit Abstand höchste Unfallrisiko im Straßenverkehr. Diese Sorgen möchten wir Max' Eltern nehmen, indem wir sicheres Fahren unterstützen. Mit dem Smart Driver Programm, speziell für junge Fahrer unter 25 Jahren. Was sich dahinter verbirgt? Ein Programm, mit dem Max sein Fahrverhalten nachvollziehen und es dadurch gezielt verbessern kann. Worüber Max' Eltern sich zusätzlich freuen? Sie erhalten direkt zu Beginn einen Startbonus von 10 Prozent auf ihren Beitrag in der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung. Und wenn Max sicher fährt, dann ist sogar ein Folgebonus von bis zu 30 Prozent möglich. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Smart Driver Programm zusätzlich zur Kfz-Versicherung abschließen, Box in einer Partnerwerkstatt einbauen lassen und fertig. Übrigens, Box und Einbau sind kostenlos. Während der Fahrt erfasst die Box Fahrdaten, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit oder das Brems- und Beschleunigungsverhalten. Diese Fahrdaten werden anschließend an die HUC Coburg Datenservice und Dienstleistungs GmbH, kurz HDD, übertragen und in Fahrwerte umgewandelt. Die HDD GmbH leitet lediglich die Fahrwerte an uns als Kfz-Versicherer weiter. Wir kennen also nicht die konkret gemessenen Einzelfahrdaten. Die Daten sind dabei stets geschützt. Auf Grundlage der Fahrwerte ermitteln wir bis zum Stichtag, den 30.09. eines Jahres, den Gesamtfahrwert. Dieser bestimmt den jährlichen Folgebonus. Die einzelnen Fahrwerte können Max und seine Eltern jederzeit im persönlichen Servicebereich und der Smart Driver App einsehen. Und in der Box steckt noch mehr. Durch den integrierten Unfallalarm kann das Smart Driver Programm bei Verkehrsunfällen innerhalb Deutschlands unterstützen. Denn jegliche Hilfe ist bei einem Unfall wichtig. Jetzt haben Max' Eltern auch ein gutes Gefühl. Und der Freude über den Führerschein steht nichts mehr im Weg. Also los geht's! Mit Sicherheit fahren und sparen. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns auf www.huc.de oder www.huc24.de www.huc24.de